Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Emergency. Wir dürfen heute mal wieder die Polizei spielen. Lange, lange ist es her, dass wir sie spielen durften. Jetzt sind wir mal wieder da. Mich freut's. Habt tatsächlich sehr viel Spaß an der Polizei. Vor allem jetzt auch mit diesen Großeinsätzen, die jetzt kommen. Einfach mal so eine Massensteckerei mit 12, 14 Mann. Oder ein bewaffneter Raubüberfall mit 10 bewaffneten Leuten. Das macht schon Spaß. Das hat einen Spaßfaktor. Ja, danke dafür. Und ja, deswegen, wir sind zwar auch fleißig dran, uns die Feuerwehr aufzurüsten und alles, aber wie gesagt, Polizei, das sind so die Wurzeln von mir. Das habe ich so als erstes ausgewählt. Macht immer noch Spaß. Wird auch immer Spaß machen. Mal schauen, was wir hier heute haben. Wir haben ein Level 86 mit Frost 1. Das heißt, diesmal kann niemand ausrutschen. Und ich hoffe auch, dass niemand ausrutscht. Weil ich hier manche Runden schon gespielt habe beim Blizzard, wo die Leute weggerutscht sind, die einfach nur peinlich waren. Gut, wir stellen eine Brücke. Äh, eine Leiter. Naja, fast Brücke. Er hängt an der Brücke. Zu meiner Verteidigung. Das ist so eine gute Idee, ist mein Freund. Ah, er kommt schon. Hat er eigentlich Innenraumrettung? Na, das fehlt noch. Jetzt haben wir natürlich gerade relativ wenig zu tun, weil auch gerade kaum Schaulustige da sind. Wir werden gleich einfach mal gucken, wo wir uns so ein bisschen einmischen können. Und ein bisschen mithelfen können. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Oder wir sind mit unserem eigenen beschäftigt. Warum schicke ich da zwei hin? Weil ich jetzt schon mehrfach die Erfahrung gemacht habe, dass ich einen umbringe, wenn ich nur einen hinschicke. Also schicken wir jetzt zwei Swats. Und selbst wenn einer nur diese fucking Blendgranaten da reinwirft, das ist schon alles. Genau das meine ich nämlich. Und noch mehr. Komm. Kommt, Jungs, ihr habt keine Chance. Gebt auf. Hände hoch. Ganz brav. So, und jetzt einmal vor den Damen auf die Knie fallen, bitte. Statt einem Verlobungsring gibt es hier aber Freundschaftsringe. Aus massivem Metall. Und eine neue Wohnung. Wo muss die zweite Leiter hin? Oh, der hat schon beide. Ja gut. Da war der Techniker schneller. Aber kann ja mal passieren. So, komm, jetzt einer der Großeinsätze. Die beherrsche ich. Die beherrsche ich inzwischen. Habe so viel Polizei hier gezockt. Da gibt es inzwischen so gut wie nie Verletzte. Bei meinen festen Namen. Was halt einfach echt geil für den Medic ist. Baseballschläger gegen Geldautomaten. Na, siehst, äh, Brand in der Tanke. Das ist nicht unsere Baustelle. Wir kümmern uns um den Baseballschläger gegen Geldautomaten. Kleiner Chip. Wenn du das Ding zerbolzt und diesen Scheinauswurf, dieses Fach zerbolzt, kommt da gar nichts mehr raus. So, jetzt einmal Pfefferspray. Bringt so eine gewisse Würze in die Beziehung. Ah, die wissen schon, wie es geht. Brave Jungs. Schön die Hände umrücken. Ganz brav. Und einmal mitgekommen. Wir stellen zwei Leiter oder eine? Eine erstmal. Eine reichen. Habe ich gerade den Strom abgestellt? Weiß ich ja nicht. Ja komm, wir haben jetzt so ein bisschen Puffer. Wir stellen die zweite Leiter auch. Also falls er beide Rettungen gleichzeitig durchführen will, was er scheinbar nicht will. Hätten wir ihm die Möglichkeit dazu gerne gegeben. Aber auch gut. Zumindest sitzen wir nicht ganz rum. Wir stellen Leiter an. Das ist auch mal was Schönes. Oh, gibt trotzdem ordentlich Verletzte. Gut. Sechs Stück. Hier kann keiner mehr dazukommen. Da könnten noch zwei dazukommen. Sechs Stück. Das ist auch... Aber kriegt er in der Medik. Da habe ich vollstes Vertrauen in den. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Die Granny Gang. Jawohl. Kommt direkt her, Omis. Altes Industriegebiet stürzt ein. Da haben wir nichts mit am Hut. Wir haben hier eine Granny Gang zu verhaften. Bevor die mit den Booten abhauen. Überleg dir mal. Du hast dein Leben lang gearbeitet. Rente reicht nicht und du überfällst Banken und haust dann mit Booten ab. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Exklusiver Fehler beim Aufladen. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Macht, dass ihr wegkommt. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehe zur Basis zurück. Haben wir die Granny Gang durch? Jo. Alle festgenommen und in Gewahrsam. Sehr schön. Uh, wir haben nur zwei Slots. Jetzt müssen wir aufpassen, wie wir die nutzen. Ja, wobei 10 Sekunden gleich kommt schon der dritte dazu. Entspannt sich, zum Glück. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Äh, na gut. Ihr nehmt euch die drei vor. Ihr nehmt euch die vor. Streife direkt mit dazu. Unfall auf Parkdeck. Alles klar. Oh, das wird eng. Das wird aber arg eng. Gut. Wer diskutiert und sich prügeln will, dafür haben wir Pfefferspray. Komm schon. Keine Verletzten. Ach, damn it. Schade. Ja, komm, ich würde sagen, den machen wir selber weg. Äh, falsch. Ach komm, hau ab. Wir brauchen jetzt dringend eine Streife, die hier rumfährt und diese Zivilisten entfernt. Verdammig. Wir fangen mit dem Gasleck an. Wir sind unterwegs. Bereit. Bestätige. Erwarte Anwalt. Kehre zum Fahrzeug zurück. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Okay. Erwarte Anwalt. Bereit. Wird gemacht. Auftrag ausgeführt. Dann machen wir es anders. Wir fahrt durch zu 16. Bestätige Fahrt. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Zielort erreicht. Wie schnell könnt ihr hier sein? Oh, 600 Meter, das geht. Das ist okay. Ey, das Ding darf jetzt keinen Blitz abfeuern. Wird gemacht. Schnell. Betrete Gefahrenbereich. Holt die Schwachköpfe da raus. Holt die Schwachköpfe da raus. Eine Sekunde zu spät, ey. Na gut, kann man nichts machen. Okay, den ich beim Raubüberfall angeschossen habe, den sammelt er auch gerade schon ein. Danke dafür. Ich hätte so gerne eine Sekunde schneller, ey. Dann hätten wir da den Verletzten verändern können. Ui. Schnell. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Sehr gut. Schnelles Eingreifen, der Damen. Jetzt wäre aber echt nochmal so ein schöner Großeinsatz für mich. Oh, zu schnell ein Rückwärtsgang. Das ist ja nix. Ui. Schätze mal, wir werden nicht mehr gebraucht. Das war ein Knall. Aber sauber. Alle drei umgenietet. Ja, liebe Schaulustige, das passiert, wenn man zu nah dran ist und nicht auf die Anweisungen der Sicherheitskräfte hört. Schlägerei nach Autounfall. Sind unterwegs. Schneller, die prügeln sich da. Kommt schon. Bahnhof in Flammen. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Bahnhof in Flammen. Unterwegs zum Einsatzort. So, wo liegt denn hier das Problem, ha? Ihr wollt euch also prügeln, ne? Dann lasst doch mal die Damen mitmachen. Wollen wir mal sehen, wie ihr euch gegen Frauen kämpft. Abgeschlossen. Bringen wir mal schön diese Nummer. Jetzt drauf, da kommt die. Habt die Nahkampfeffizienz. Das geht ohne Verletzte. Ne. Einer wird sich jetzt sowas von fett verletzen. Okay, nehmt den anderen fest. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Gehle zur Basis zurück. Auftrag ausgeführt. Muss behandelt werden? Ach so, der Techniker muss hier ran. Erwarte Anweisungen. Frage ist, braucht der Medic gerade Hilfe? Sieht nämlich nicht so aus. Bei nochmaligem Überlegen. Ja gut, der hat hier zwei Sanitäter. Das wird brutal. Unterwegs zum Einsatz. Ich bin mal sozial und stell den Notarzt. Gut, der hat hier gerade eine Menge Verletzte verhindert. Zielort erreicht. Setze Person. Bestätige. Du darfst. Kannst dir beide holen. Ohne Problem. Kriminelle verfrachten sich auf Frachter. Das kriegen wir hin. Mithilfe der Polizei. Die werden da die große Gruppe verstärken. Die Kleine macht das Wort alleine. Okay, das ist nur Kran, der seine Ladung verliert. Das ist nix. Ja, komm ruhig mit. Kannst ruhig mitkommen. Das ist kein Problem für Papa. Okay, die ersten Festnahmen, wenn ich bitten darf. Genau, schön verchanzen und dann einfach draufhalten. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Messerattacke am Strand. Asozial. Bedien dich. Nimm sie dir ruhig mit. Alles gut. Alles korrekt. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Danke. Kriegen wir die auch schnell hin? Na gut, macht die erstmal fertig. Und jetzt nehmen wir die nächsten hier mit. Okay, der nimmt die mit. Und dann kloppt ihr euch mit denen und nehmt denen endlich die Messer weg. So kann man das auch lösen. Waren das schon alle? Kran verliert Ladung. Dann machen wir hier erstmal. Messerattacke. Oh ja, beide festgenommen. Sauber. LKW nimmt zu knapp die Kurve. Okay, dann haben wir jetzt nur noch den Auftrag hier. Mit Hilfe von Streifen. Die Zivilisten zur Sau zu machen. Aber auch da wieder alles perfekte Festnahmen. Danke. Ja, der gehört dir. Der hat ja schon gepackt. Den kann er haben, den einen. Das kratzt mich nicht. Ja, ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Das sind meine Punkte. Papa ist doch schon da. Papa ist schon da mit dem Megafon. Mach die jetzt schön zur Sau. Und weg sind sie. So, wir haben die Kriminellen. Wir haben die Messerattacke gestoppt. Das haben wir. Das haben wir. Hammer. Hier können wir noch einen Notarzt hinschicken. Fällt mir gerade auf. Wir hatten wohl gerade alle die gleichzeitig. Alle gleichzeitig dieselbe Idee. Personal wird abgesagt. Hörer wird gemacht. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Ja, aber da ist der ja schon da. Da müssen wir nicht mehr ran. Ich nehme mir jetzt einfach mal das Recht raus, mich um die Verletzten zu kümmern, dass die abtransportiert werden. Erwarte Anweisungen. Bis der mit dem anderen Rettungswagen auch da ist. Dann haben wir das hier. Außer der stellt jetzt noch einen zweiten. Dann ziehe ich meine zurück. Wenn er die meinen jetzt haben will, dann kriegt er sie natürlich. Das sind seine Punkte. Aber sieht nicht so aus. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Sehr gut. Haben wir doch alles perfekt gelöst als Polizist. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Komm weg damit. Du, ich kann das Ding die ganze Zeit spammen. Fahr jetzt das Ding weg. Brav gemacht. Sehr gut. Und GG. Kaum Chaos. Kaum irgendwas. Wunderschön. Das müsste bei mir doch mindestens mal für den dritten Platz reichen. Oder? Ich gebe die Hoffnung auf Erster oder Zweiter zu werden als Polizist. Das wird nicht passieren. Da sind wir ehrlich. Aber den dritten, der muss ja wohl drin sein, oder? Yes. Damit kann ich mir ein fettes Upgrade leisten. Spielerstatistik. Ich bin letzter geworden. Gemeinheit. Na ja, egal. Was war so das größte Chaos 31? Das geht ja noch. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.